Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Gäste, die Schlacht um Mittelerde 2. Heute mit meinem ersten Ligaspiel und zwar gegen Lord Freezer in Runde 1. Das wird moderiert, glaube ich, von Talin, ich bin mir nicht ganz sicher. Offiziell ist, die offizielle Moderation gibt es von Talin. Allerdings ist es ja erlaubt, seine eigenen J-Spiele auch auf zu hochzuladen. Die kommen nur nicht in die Playlist, dieses hier kommt in die normale Playlist. Allerdings heißt das ja nicht, dass ich es trotzdem zeigen kann. Das Problem ist, ich habe es nicht richtig aufgenommen. Es war halt nur ein Schwarzbildschirm zu sehen und in der Aufregung habe ich es einfach übersehen, dass ich falsch geschalten hatte, dass ich die falsche Szene aktiviert hatte. Aus diesem Grund machen wir das jetzt so. Ich nehme das jetzt hier auf, gemeinsam mit euch, ohne Lord Freezer. Wir gucken es uns gemeinsam nochmal an. Ich mache es aber so, dass ich das komplett aus meiner Warte sehe und halt quasi direkt auf mich schalte, um zu vermeiden von Lord Freezer irgendwas zu spoilern. Wenn ihr Lord Freezer Sicht mitsehen wollt, also wenn ihr sehen wollt, was Lord Freezer gebaut hat, wie ihr so weiter kam, dann guckt am besten in die Liga. Da sollte das, ich glaube von Thalin eben in die Liga-Playlist, da sollte das von Thalin entsprechend markierte Video drin sein. Auch die Tabelle, die wird, obwohl die kann ich hier hinten ranschneiden, da weiß ich ziemlich genau, wo wir sind. Weil die anderen beiden Spiele vorher hatte ich auch mitmoderiert und sofern sollte das passen. Gut, lange Räder, kurzer Sinn. Ich gehe auf Laden und wir schauen uns das direkt mal an. Und ich habe gesagt, ich schalte direkt auf meine einzige Sicht und die werden wir auch die einzige beibehalten. Lord Uzi, also sprich, Lord Freezer, spielt hier unten. Wir können schon ein bisschen was sehen auf der Karte, aber ich werde halt bei meiner Sicht bleiben, sag ich mal so. Kann ich auch mit lenken. Also, okay, so geht's. Wunderbar. Okay. Ja, ich habe mir die Heilfähigkeit am Anfang geholt. Im Nachhinein würde ich sagen, ja, okay, wäre vielleicht günstiger gewesen, eine andere Fähigkeit zu holen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Ich habe damit angefangen. Ich spiele die Zwerge. Wehe in dem Moment ja auch noch nicht, was der Freezer hier unten hat. Wir werden sehen. So, ich fange an. Ein Standardstar mit einem Minenschacht. Und eine mal hier, eine Zwerghalle der Krieger. Und werde auch direkt, genau, einmal Wächter in Auftrag geben, um möglichst den Freezer ein bisschen zu stürmen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ist ja so eine Strategie, die Geo gerne anwendet. Vielleicht klappt das auch. Müsste man mal schauen. Dafür habe ich natürlich jetzt ein bisschen weniger Rohstoffproduktion, während hier unten eins, zwei, drei, vier Gebäude schon gebaut sind. Hat halt alles große Nachteile. Also, ähm, ähm, der Vorteil ist, ich störe ein bisschen. Äh, der Nachteil ist, ich störe, äh, oder ich störe mich auch selbst. So. Ich habe auch direkt, ne, ne, hier, der bewegt sich. Da habe ich, äh, den nächsten Minenschacht in Auftrag gegeben. Alles gut. So, ich belege mich schon mal auf die Mitte der Karte zu. Sehe hier, oh, äh, ja, hier sollte ich nicht hin. Werden wir ja wahrscheinlich, ja genau, hier, direkt abbiegen. Ähm, was gut ist. Denn, ja, wie gesagt, Klarkämpfer gegen das Teil hier, ähm, ja, wäre nicht so schön, wenn das, äh, so dauerhaft funktionieren würde. So. Ist aber egal. Wir haben den Kurs ein bisschen geändert, wie ihr seht. Und, äh, laufen jetzt mit denen hier vor. Während oben, äh, in aller Ruhe noch, äh, weitere Minenschichte gebaut werden. Nach und nach. Noch habe ich nichts Neues in Auftrag. Das heißt, das ist meine einzelne Einheit. Die soll aber auch erstmal hier zerstören. Und wir sehen auch schon, der Freezer hat Isengard. Und, äh, naja, gucken wir mal, wie das läuft. Okay. Mein Angriff zielt natürlich, ähm, auf die Schmelzöfen ab. Äh, die anderen Sachen sind mir relativ Wurst. Deswegen habe ich auch auf Angriff gestellt. So. Okay, das hat ja soweit gut funktioniert. Äh, ich hole nur direkt mal die Bannerträger, weil dann kann ich nämlich auch hier, äh, den Sturmangriff netzen. Äh, für einen 25% schneller enthält, einen 25% Driftung. Und werfen Gegner zurück. Ist ja gar nicht mal, äh, gar nicht mal so, äh, äh, unschlecht. Dummerweise weiß ich nie, wie man den richtig einsetzt. Wie man sieht. Sonst hätte ich das nämlich jetzt gemacht. Ich glaube, ich habe ja schon drauf rumgeklickt. Wie blöder. Aber wahrscheinlich einfach die falsche Taste genommen, weil ich ein Doofkopf bin. So, okay. Wir haben, äh, zwei, äh, Minenschichte platt gemacht. Ähm, die Dinger hier. Was mache ich? Ich mache, ich, äh, gehe weg, glaube ich, ne? Ich hau ab. Ich versuche abzuhauen. Aber auch auf Verteidigung gestellt. Das Schönste wäre, äh, entweder da reinzurennen. Aber ich will versuchen, wahrscheinlich, hier, den hier noch platt zu machen. Einfach, um ihn, äh, schon noch ordentlich, äh, was wegzubächen. So. Was ziemlich gut funktioniert hat. Ähm, jetzt versuche ich natürlich abzuhauen. Aber das, äh, wird mit der Einheit nicht mehr gehen. Äh, habe auch vergessen, hier umzustellen. Insofern, naja, sind sie halt weg. Ich glaube, am Ende stelle ich doch nochmal. Ne, habe es nicht mehr geschafft. Äh, äh, auf Verteidigung um. Mittlerweile, äh, habe ich aber auch hier schon Minenschächte. Äh, in den Minenschächten ist nix drin. Das ist, äh, eh so eine, äh, Sache, wo ich auch dran arbeiten muss. Gerade bei den Zwergen und den Orks. Äh, dass man ja auch Einheiten durch die Minenschächte schicken kann. Ähm, aber Micromanagement. Ist halt nicht meins, äh, so in der Stärke. Muss man nicht sagen. Äh, und, ähm, naja. Deswegen gibt es halt auch einige, die deutlich stärker sind im Turnier. Gegen Freezer habe ich durchaus Chancen. Oder habe ich mir durchaus Chancen ausgerechnet. Ähm, ob das so ist. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Zumindest, äh, mindestens auf dem Unentschieden habe ich gehofft. Ähm, aber, ähm, naja. Wie gesagt, ich will noch nicht zu viel verraten. Äh, deswegen machen wir einfach los. Okay. Es wird gebaut. Eine, ähm, naja, eine, ein Schießstand, genau. Denn, äh, auch der ist ja nicht unwichtig. Ähm, nicht zuletzt, weil, ähm, Freezer ja auch schon Schieß, äh, Schießeinheiten hatte. Ich hole mir erstmal Parkschleudere, hab aber auch direkt, äh, den, äh, zweiten Schießstand in Aufgetrag gegeben, während hier schon mal die nächsten, äh, rauskommen. Mit dem hier, ich gehe mal davon aus, dass ich, ähm, versucht habe hier zu gucken, ob, äh, Freezer sich vielleicht hier oben ein bisschen ausgebreitet hat. Und, äh, dann eben nochmal weiterhin zu stören, ähm, was aber eher unwahrscheinlich war, da ja, jetzt gucke ich doch mal hier runter, äh, da ja, ähm, der, der liebe Freezer schon ein bisschen was verloren hat und der erstmal in der, in der Nähe umbauen musste. Also, der hat drei, äh, Schächte verloren, was doch für ein Anfang kein schlechter Start war, würde ich sagen, für mich. So, die ersten, äh, Typen heißen auch raus. Oder ich ziehe hier scheinbar alle rüber ein bisschen, äh, um einen Überraschungsangriff von oben zu starten, der aber scheinbar nicht funktioniert, weil, äh, Freezer, äh, mich gesehen hat, wie es aussieht. Hat er, ja, er hat die Fledermäuse, alles klar, äh, darüber hat er mich gesehen. Na gut. Gut, da kommt er an, ich sehe ihn und renne direkt hin. Äh, ich weiß nicht, ob ich die hier dann auch direkt mit in Auftrag gebe, äh, hier hin zu rennen. Ja, gebe ich, aber, ähm, natürlich, Zwerge sind Lahmärsche. Netterweise kriegen wir von hinten noch was. Okay, das war ziemlich gut gemacht, äh, Freezer hat, ähm, die, ähm, Fähigkeit, ähm, das Schlachtfuß verwendet, die ich ja logischerweise noch nicht habe. Dadurch, ähm, ist es eigentlich relativ klar, wer hier diese, äh, diese Schlacht gewinnen wird. Also, diese kleine Schlacht hier, nicht die gesamte. Zwerge mögen stärker sein, aber gegen, ähm, naja, verstärkte Uruks war zu erwarten, dass das schief geht. Freezer zieht sich aber zurück, versucht keinen, äh, äh, keine Offensive, äh, was wiederum gut für mich ist. Also, ich habe mich ja mittlerweile, wie man sieht, schon ein bisschen ausgebreitet, ähm, was mir einen gewissen Rohstoffvorteil gibt. Ich habe 350, Freezer hat, ne, eigentlich wollte ich das nicht gucken, ne, guckt das bei, bei, bei Tallinn, äh, der wird euch das hier sagen. Wird auch, sagen wir mal, die, die, die Vorteile und Nachteile von mir sagen. Jetzt, oh, guck mal einen an, guck mal einen an, der Black nutzt einen Minenschacht, der Black nutzt einen Minenschacht. Nur, wo er ihn nutzt, das ist noch nicht ganz so raus. Ich glaube, ihr habt die nur erstmal, äh, zur, ähm, naja, zur Verteidigung quasi reingehauen, genau. Die Phalanx ist unsere Stärke, ähm, das sollte meine Verteidigungsstreitmacht sein und hat auch gut funktioniert. Hau direkt ab. Ah, aber auch schlau, dass er mich hier versucht, ein bisschen durchzuziehen. Was so auch ein bisschen funktioniert hat, scheinbar. Ja, na gut. Okay. In der Zwischenzeit baue ich hier wieder auf. Ja, Rohstoffvorteil von der Flächenausbreitung, äh, sieht es ganz stark danach aus, dass ich, äh, deutlich im Vorteil bin. Hier oben bin ich auch am Bau und ich hab drei Baumeister mittlerweile. Alles klar. Hm, auch das ist nicht schlecht. Der hier überlegt sich immer, ja, greife ich hier an oder nicht, und, äh, überlegt sich's dann immer wieder anders, was okay ist. So, ich glaube, mit denen versuche ich denen jetzt erstmal Platz zu machen. Denn das Mistvieh stört schon ein bisschen. Ja. So, Graben wurde halt weg. Äh, jetzt hau ich wieder ab. Was doof ist. Ich sollte die Gruft auch noch platt machen. Oder will ich die als Verteidigung gegen Dinge nutzen? Ich weiß das gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Jetzt komme ich schon wieder hier runter, nicht spoilern. So, okay, ähm, auf jeden Fall, ähm, hole ich mir mittlerweile Feuerpfeiler. Auch das ist sehr, sehr gut. Habe ich, äh, schon eine Schmiede. Ich habe keine Schmiede. Das heißt, zumindest, äh, in Sachen Kavallerie, ähm, oder aber, ähm, Ramme, oder hast du nicht gesehen, äh, ist noch nix zu machen. So, dafür habe ich aber einen Helden. Geloin ist am Start. Und jetzt mittlerweile habe ich auch entdeckt, ach, ich sollte vielleicht mal gegen die da kämpfen. Ne, mache ich immer noch nicht. Ich habe keine Lust, den Grab oder scheinbar. Aber, okay, ich habe doch Lust. Am Ende ist gleich wieder einer da gewesen. Klar, könnte ich natürlich den auch ein bisschen zum, zum Leveln der Einheiten nutzen. Aber, naja. Was soll's denn? So. Okay. Ein bisschen zusätzliche Rohstoffe. Und ein Rang für, äh, eine Einheit. Das ist auch nicht schlecht. Ah, so lange dürfte es eigentlich fast nicht mehr dauern. Ich muss mir ja auch ein bisschen, naja, Zeit lassen, sozusagen. Kann ich mir ja nicht. Ich habe ja, äh, einen gewissen Zeitdruck. Wenn ich, äh, den Sieg einfahren will. Wobei das ja noch lange nicht raus ist. Das muss, darf man auch niemals vergessen. Ähm. Wenn ich den Sieg einfahren will, muss ich das Ding innerhalb von 30 Minuten platt machen. So. Mittlerweile, ah, guck mal an, was da ankommt. Ähm. Ja, die könnten, die reiten erst mal straight vorbei. So. Versuchen wir ein bisschen zu stürmen. Okay. Dann geht mal, ähm, also ich würde die hier jetzt, jetzt, ne, vorher offensichtlich nicht. Vorher habe ich einfach alles an der Reihe geschickt. Nur nicht die, äh, die dafür am besten geeignet sind. Richtig gut. So. Hol ich sie jetzt wieder raus. Nein, tue ich auch nicht. Jetzt kommt raus. Okay. Gucken wir mal. Ist natürlich ein bisschen doof, dass ich auch, äh, auch zuerst die Bogenschützen raushaue. Aber, naja, es ist wie es ist. Ich könnte jetzt, wenn, wenn man es richtig machen würde, könnte ich jetzt hier direkt wieder den nächsten reinschicken. Äh, und hast du nicht gesehen. Aber nein, ich schicke die hier hoch. Äh, und, äh, naja. Es ist wie es ist. Jetzt natürlich, dadurch, dass ich hier keine Verlangen dabei hatte, ein bisschen, äh, ja, Futter. Die kommen jetzt manuell an. Ja, ein, ein Fehler von mir auf jeden Fall. Äh, der mich, äh, meine Menschen aus Tal gekostet hat. Ein schwerer Fehler. Äh, und, äh, man muss auch sagen, das Ganze stört mich ein bisschen. Ähm, denn offensichtlich, ja, doch, äh, eine Schmiede habe ich mittlerweile gebaut. Und da kommt ja auch ein kleiner, äh, Reiter raus. Ähm, allerdings, ja, ähm, so, hier kommen dann auch die nächsten Menschen aus Tal. Hier ist auch eine Verlangenproduktion im, äh, Auftrag. Schiffi kann mittlerweile, wie man sieht, äh, auch, äh, schon, äh, seine, äh, Einheiten upgraden. Und ich renne wie ein doofer durch die Gegend. Ich meine, ich sag mal so, wenn ich ihn hier runterjage, ist das okay. Denn runter zu will ich ja eh. Ich muss angreifen. Wir haben schon, äh, naja, ähm, also mein Timer für die Aufnahme sagt. Wir sind bei zwölf Minuten. Ähm, da ich ein bisschen eher gestartet habe, gehe ich mal von aus, dass wir bei zehn Minuten sind. Ähm, weil lange Rede kurzer sind. Ich muss auch nicht auf die Zeit achten. Das ist in diesem Fall Talins Job. Und da gucken wir mal. Rutsche werden. So. La 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 la. Die Phalanx ist unsere Stärke. Alle Mann an die Bögen. Alle Bögen an die Mannen. So. So, Freunde. Was macht ihr hier so? Ihr lauft. Das ist gut. Die stehen noch dumm in der Gegend rum. Mitten der Ramme habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Man muss die Dinger halt nur zum Überleben bringen. Allerdings, ähm, scheine ich dieses Mal nicht, diese Strategie zu wählen. So, hier hinten, äh, sehe ich schon, äh, hat er einen Los am Furz. Und hier unten sehe ich auch, ja, toll, äh, dass der Idiot das an derselben Stelle hinstellt. Naja, gut, ich habe hier eine Esse und, äh, ein paar, äh, Dinge drauf, die ja, äh, durchaus gegen Verlangen ganz gut sind. Und die hier stehen dumm in der Gegend rum. Und, äh, Lutz, Lutz macht hier hinten, ähm, das ist vielleicht, er sollte erstmal auf den hier zielen. Äh, aber alleine kommt er da eh nicht klar. Aber vielleicht könnte er dann im Notfall im Nahkampf ran. So, man sieht halt, ähm, meine, ähm, Dinger sind gar nicht mal so stark. Deswegen gehe ich mit den Reitern wieder zurück. Zumal diese hier ja eben auch schon, äh, geschmiedete Klingen drin haben. Ähm, was nicht so günstig ist. So. Ebenfalls nicht günstig ist, dass ich hier direkt an meinen Baumeister vorbei renne. Und, äh, dann den auch noch den Fras vorwerfe. Richtig gut gemacht, Black. Richtig gut gemacht. So, aber immerhin konnte ich den Baumeister ausholen. Okay. So, er zieht sich zurück. Hat ein bisschen Heilung, glaube ich, drauf gegeben. So, mittlerweile komme ich aber auch mit einer, äh, fetten Armee an. Hab mir auch mittlerweile den Sammelruf geholt. Das heißt, äh, einen Führerschaftsboni kann ich mir jetzt auch sichern. Äh, mit Gläun am Start, der ja keine Führerschaft hat. Ähm, sondern nur den Zwergestark und, ähm, Fundament erschüttern. Die aber auch ordentlich Schaden machen, ne? Äh, gerade gegen Gebäude. Ähm, ist, ist natürlich noch ein bisschen was drin. So. Das war Geo, äh, äh, das war, ähm, äh, Freezer, der hier, äh, mich kurz eingefroren hat. Aber sonst die, die Situation nicht genutzt hat. Ähm, das, naja. Gut, stört jetzt nicht so extrem. Gut. Lurz kommt mittlerweile. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Warum auch immer. Denn wir sind bei 15 Minuten. Man sollte die Zeit immer im Auge behalten. Ich sehe jetzt nicht, ob ich hier noch ein bisschen was zusätzlich baue. Aber, ähm, ich verschwinde gerade ein bisschen wieder, in Anführungsstrichen, Ressourcen. Äh, man sieht's hier. Aber langsam, langsam komme ich ein, äh, ja. Hier kommt ein Angriff. Ob es der finale Angriff ist, oder ob, äh, ich hier final zurückgeschlagen werde. Hm, deshalb fahren sie nach der, äh, keine Ahnung, weil ich die Werbe-Pausen-Sitz. Okay. Das war. Das macht ja eh YouTube automatisch, ne? Also wenn hier 5-Werbe-Pausen drin sind, dann war das YouTube. Wenn hier keine drin ist, dann war das auch YouTube. Ähm, da kann ich nichts für. Also. Ich erlaube lediglich, dass im Video, äh, Pausen drin sein sollten, können, sind sollten. Okay, er hat hier halt den, den Turm, mit dem er auch ein bisschen Schaden gemacht hat. Allerdings halt, äh, naja. Es war jetzt nicht so, so riesig, dass er, ähm, da großartig drum rumkommt. Ich gehe erstmal auf die Schmiede, äh. Denn logischerweise möchte ich nicht, dass er noch weitere Einheiten ausreitet. Es ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn ich hier die da einfach in Ruhe lasse. Aber, man hat's ja gehört, der Streitwagen ist kampfbereit. Das heißt, es wird auf jeden Fall nachproduziert. So, wir bleiben mal hier. Und hauen schon wieder ab. Also, finale Angriff am Arsch. So. So weit, so gut. Schade. Ähm, wäre schön gewesen, wenn wir das noch glatt kriegen. Ich bin verwundet. Mittlerweile sieht's auch so aus. Ich würde, jawohl, äh, ihn verlieren hier. Hab auch nicht richtig, seit ich wahrscheinlich, äh, hinschauen können zum Heilen. Und eine Ramme haben wir geholt. Okay. Eine Ramme. Bogenschützen. Ich hätte vier eher nachproduzieren müssen. Jetzt, äh, sind sie hier in, äh, in Reihe drin. Natürlich könnte ich auch, ähm, mittlerweile versuche ich das auch des Öfteren, einfach noch ein Gebäude daneben zu setzen. Aber wie gesagt, meine Spielweise war ja eh immer die, ja, ich will meine Einheiten nicht verlieren. Deswegen bin ich so gut oder so schlecht auch bei den, bei den bösen Einheiten. Hier oben hab ich mal den Botrume mit hingesetzt. Einfach um zum Verteidigen zum Fall, dass er doch mal, äh, wieder angeschüttet kommt. Wobei, wenn wir mit denen hier. So. Durch die Fledis könnte er das so vielleicht sehen, weiß ich gar nicht. Ist egal. Wir gehen auf jeden Fall hier so langsam vor. Hier hinten müsste dann theoretisch ja auch noch so ein Teil sein. Das könnte ich mir noch holen können. Aber das war nicht im Weg. Insofern, warum sollte ich? So, okay. Hier hat er den entdeckt. Na gut, dann ist das halt so. Ich sag mal so, von der Kartenbeherrschung, äh, äh, habe ich, ähm, dreiviertel der Karte, in Anführungsstrichen, äh, in meiner, äh, in meiner Situation. Insofern passt das. Gut, die liegen los, ähm, natürlich eine Schwachsatzidee gewesen. Ähm, aber gut, ziehen wir uns mal zurück. Gucken mal, ob wir gegen die hier ein bisschen hinkommen. Habe ich denn hier mittlerweile, äh, auch ein bisschen, ja, Upgrades gekauft. Äh, das heißt, das passt eigentlich. Die werden den Anblick unserer Berge sein. Ja, natürlich hat er den Angeschlagenen jetzt erwischt, aber ist egal. Ja. Ich bin hier noch nicht fertig. So, Gläun haben wir wieder, äh, Gimli ist, äh, draußen auch irgendwo. Ne, Gimli ist, äh, andersrum. Doch, Gimli, Gimli hatte ich ja vorher nicht, sondern Gläun schon. Ja, ist richtig. So, ich ziehe mich wieder ein bisschen zurück. Ähm, Schiffi spielt recht defensiv, das hatte ich auch schon in den anderen Gefechten gemerkt. Das ist natürlich ein gewisser Fehler, da, äh, zumindest war er von dem, was ich hier unten sehe, er ist vielleicht durchaus mit mir aufnehmen könnte und er eigentlich längst, ähm, naja, offensiv vorgehen müsste. Auf den Angriff zu warten ist niemals eine gute Idee. So, hier unten habe ich eine Esser hingebaut, äh, um, ähm, für Eventualitäten eigentlich sollte das mein Sammelpunkt werden. Ja, aber was halt eigentlich heißt, ne, ihr wisst schon. So, den hier schicke ich zumindest hin. Die anderen sind ja noch nicht so wirklich angeschlagen. So, jetzt in dem Zeitpunkt könnte es auch sein, dass Schiffi ein bisschen abgelenkt ist, äh, denn, ähm, wir hatten relativ spät gespielt und ihr habt ja schon mal gehört, ich hab eben voll extra gesagt, ja, er muss, äh, müsste die halbe Stunde oder 40 Minuten, wenn es, wenn es halt in die Verlängerung geht, schon da sein, äh, aber, ja, dann wurde er doch, äh, weggerufen. Schiffi, daran musst du arbeiten. Wenn, wenn du der Meinung bist, du schaffst das nicht mehr, dann spiel nicht erst. Das, ähm, ist wichtig, gerade bei solchen Turnieren, äh, weil am Ende ist es vielleicht so, dass du hier derjenige bist, der hier aufgeben muss, äh, und du liegst am Ende noch vor. Weil, äh, dein Gegner wird nicht sagen, ja, ähm, ne, dann gebe ich auf. Ich meine, ich hab gesagt, wir könnten im Notfall, äh, unterbrechen, aber, ähm, das würde ich natürlich auch nicht wollen, logischerweise, so, gut, er versucht hinten, äh, reinzukommen, äh, glaube, ich hab die einen jetzt auf den einen, äh, Wagenbau geschickt, das hat auch gut funktioniert, so, seine, äh, seine Geheimwaage sind, äh, auf jeden Fall schon mal aus dem Weg, hab dafür aber ein Katapult verloren, das ist aber okay, ähm, wenn ich's denn mal die anderen wieder einsetze, so, jetzt haben wir hier wieder gebunden, äh, okay, es wird nicht so, blitzt wieder, so, die Zwergenrammel schicke ich durch, denn, äh, die, die verlangen sind ja eh ruhig, insofern kein Problem, aber, warum man, warum man gut durch die Gegend, um Gott, gucken wir mal, so, hier hat er auch wieder, äh, sein Ding ins Geholt, okay, hab jetzt die Zwergenschätze, ich glaube, ich hab hier oben auch, äh, 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 dann immer irgendeines gemacht, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das noch nötig war, hier hab ich auch in Stellung gebracht, funktioniert nicht ganz, die Rammer, äh, die wird's wohl nicht überleben, das macht aber nix, wir haben ja hinten noch das Katapult, äh, und der Furz, äh, der, äh, ist so leid, äh, beschäftigt, das heißt, es ist, oh, ja, ich hatte das Katapult, na, mal gucken, ich hab ja jetzt hier, ähm, noch jemanden mit ran geschickt, der da auch noch mithelfen soll, äh, und, äh, wir wissen ja alle, äh, Leuten ist gar nicht mal so schlecht, so, okay, das Ding haben wir, äh, hier, du, äh, König Dein hab ich als nächstes geholt, hat noch mächtiger Form, äh, und hat mich gesehen, und Führerschaft vor allem, war aber in dem Fall nicht nötig, na, gut, okay, wir haben die Festung weg, wir haben, ähm, seine Armee soweit durch, das heißt, wenn er jetzt nicht irgendwo noch anders was ihn gebaut hat, durfte das laufen, so, gucken wir mal, ist natürlich immer schwierig zu sehen, wenn er irgendwo was hat, ähm, wir werden sehen, so, ich sollte mich auch eher auf diese einer, äh, Dinger konzentrieren, äh, denn, ähm, die Produktionsgebäude sind natürlich am wichtigsten, äh, okay, war kein perfektes Spiel von mir, aber es sieht gut für mich aus, aber wie gesagt, man muss halt auch dazu sagen, äh, Schiffi war, äh, schon zu diesem Zeitpunkt ein bisschen abgelenkt, einfach aus dem Grunde, äh, weil, äh, er, äh, naja, musste, also, ähm, eh bald los musste, deswegen los richtig rum, so, ich hab mir das Türmchen geholt, ich glaube, den setze jetzt auch irgendwo hin, um zu gucken, äh, wo was sein könnte, ja, hier unten, äh, sehe hier unten, aber in diesem Moment, ja, hier unten ist nichts großartig, das heißt, da brauche ich jetzt nur ich großartig mich drum kümmern, also gucken wir mal, wir sehen, äh, also ich sehe es jetzt schon, äh, gleich sehe ich es auch hier, äh, dass, äh, Özi hier was hat, okay, der Plan war natürlich, äh, meine Leute schon mal durch die Gegend zu schicken, äh, beziehungsweise die hier auf dem Hügel sind ja auch gar nicht so doof gewesen, mittlerweile, ja, mittlerweile habe ich auch entdeckt, äh, dass das Teil da ist, hier hinten wird ein neuer Schmelzofen gebaut, äh, das wird es nicht überleben, das hier hinten, mal gucken, mal gucken, wir sind bei 23 Minuten hier auf meiner Uhr, ähm, das heißt, ähm, noch ist genug Zeit, allerdings, wir wissen es, Zwerge sind langsam, und ich krieg's nicht mal gebacken, die sind der blöden, äh, Baumeister hinterher zu kommen, hier, Manu, ah, komm, der ist natürlich ein bisschen wichtiger als, äh, der blöde Schmelzofen, so, und ist ja eigentlich auch wichtiger als das hier, weil Neues gebaut werden könnte, so, also im Moment ist, äh, 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 Ösi nur noch auf der versteckten Strategie, ich komme mich jetzt auch nicht mehr großartig um Nachschub, sieht man hier an meinen Rohstoffen, äh, weil, ähm, ich glaube, die Messe, äh, äh, gelesen zu haben, weil, wie gesagt, Schifi muss erst mal irgendwo hinkommen, jetzt hier unten, hier oben, äh, habe ich ihn, glaube ich, auch gesehen, habe, glaube ich, seinen letzten Baumeister gesehen, äh, und, ähm, naja, habe mich in die Richtung bewegt und habe dementsprechend auch das Teil gesehen, oder, jetzt gerade eben, und nehme das eben auch auseinander, das reicht natürlich noch nicht, da der hier oben, äh, angefangen hat, äh, eine Waagbau zu bauen, allerdings hat er den direkt, entweder hat er, äh, den Waagbau abgebrochen, das ist natürlich ein Fehler, da er nichts mehr anderes hatte, äh, äh, war es zu Ende, oder er hat direkt aufgegeben, äh, eben aus Zeitgründen, ja, gut, ähm, ich weiß nicht genau, wie sie Talien wertet, aber ich gehe ganz schwer von aus, dass ich hier, äh, meine ersten drei Punkte, meinen ersten Sieg im Turnier eingefahren habe, und, äh, ja, wie gesagt, schaut in die Turnier-Playlist, die ist hier in der Endcard auch nochmal verlinkt, äh, und, ähm, da findet ihr alle Videos auf jeden Fall, nicht nur die von mir, sondern auch, äh, die von, ähm, ja, von den anderen Moderatoren, äh, in der entsprechenden Reihenfolge, und, ähm, naja, guckt rein, lasst einen Daumen da oben da, wenn es euch gefallen hat, auch bei den anderen Videos, ne, auch bei Talien, Schäfi und, äh, Geo, und, ansonsten, hier habe ich, glaube ich, die Liga-Playlist nochmal eingeblendet, das kann ich bei zukünftigen Spielen nicht mache, äh, weil ich da ja dann, äh, in dem Moment, wo ich das hier sage, äh, vor allem, wenn ich die, ähm, anders als dieses hier, äh, gegen Power-Kartoffel, äh, die werden nochmal so moderiert, äh, und die anderen werde ich versuchen, wieder live aufzunehmen, äh, und das funktioniert allerdings, ja, natürlich nicht, dass ich da ne, ne, Dinge ins Einblende, weil ich ja gar nicht weiß, wo ich bin, zumal wir die ja sehr weit im Voraus aufnehmen können, und viele Spiele davor noch gar nicht gespielt sind, oder, äh, wo ich das Ergebnis einfach noch nicht kenne, wenn sie schon gespielt sein sollten. Nun, also, guckt in die Playlist, guckt auf meinen Discord-Server, da seht ihr die Tabelle, oder eben unter, äh, schlachtunmittel2.de, Links sind alle in der Videobeschreibung, kickt da hin, und, Daumen nach oben da lassen, bis zum nächsten Mal, bis denne, tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.